So Leute, weiter geht's mit unserer MyTeamKarriere, dem wir Vereinsmanager mit Louis Hamilton und Max Verstappen und ja, wo aktuell gar nichts passt. Wir werden mal ein bisschen upgraden. Elf Mio hierfür, machen wir. Fabrik, oder was ist die Fabrik nochmal? Herstellung, nee, Herstellung ist nicht so wichtig. CFD-Simulator upgraden, 10 Mio da, Windkanal, 12 Mio da. Designzentrum, auch upgraden. Aufhängungssimulator. Ich spare noch ein bisschen Kohle. Teamzentrale vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Und Oh, vielleicht das Besucherzentrum noch ein bisschen. Ja, es kostet zu viel. Lassen wir es erstmal bei dem, was wir jetzt haben. Ich wette dafür, dass wir das Auto noch ein bisschen schöner machen. Teammarkenauftritt. So. Packen wir doch mal ein paar zusätzliche Aufkleber hier drauf. Ehrenmann. Ehrenbrüder ist das. Vollfarbe. Oh, das mag ich. Und Yukichu. Vielen, vielen Dank für den Raid. Moin an alle, die mit rüberkommen. Wat geht, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream. Wat habt ihr denn schönes gemacht? So, zack, zack. Die aktuellen Aufkleber sind auch so ein bisschen aufeinander gestapelt. Das ist ja komisch. Ähm, dann machen wir die Farbe auch anders. Ja, machen wir es so. Wobei ich fände eine Kontrastfarbe hierzu eigentlich noch cool. Ein bisschen was, was in Richtung Blau geht vielleicht. Ja, ein helleres Blau. Ich finde das ist cool. Und Eko-Tierarbeit. Danke für den 36. Drei Jahre. Danke, Dave. Danke dir. Moin, moin. Just Chatting. Was habt ihr? Kontroverse Dinge besprochen. Und Sarah hat gezeigt, sie hat keinen Geschmack. Oder was? Isst sie Nutella mit Butter? Ist das das Problem? Falls ja, ich verstehe es. Also, dass es das Problem ist. So, das bewegen wir jetzt aber auch noch ein bisschen. Zack, so. Das sieht aber komisch aus. Bewegen. Muss definitiv kleiner. Muss nicht unbedingt kleiner. Ja, doch. Muss kleiner. So ist cool. Bounty ist bei ihr fast die beste Süßigkeit. Wer ist denn Nutella mit Butter? Das verstehe ich auch nicht. Aber ich verstehe auch umso weniger, warum man Bounty gut findet. Also, ich bin auch jemand, ich mag halt Kokos nicht. Ich finde, Kokos schmeckt nicht gut. Das ist halt so. Bounty ist tatsächlich so eine Süßigkeit, die würde ich nicht mal essen, wenn nichts anderes da ist. Das finde ich krass. Aber, ey, so unterschiedlich sind halt Geschmäcker. Es gibt Menschen mit und Menschen ohne Geschmäcker. So. Oxygen. Sehr schön. Das sieht gut aus. Vulture. Haben wir. Gibt es irgendwas, was oben drauf ist, was so ein bisschen off aussieht? Das Rivers and Dears ist auch okay, finde ich. War das gar nicht mal hier. Ich würde gerne noch einen Sponsor drauf packen. Ganz vorne hier. Bisschen anders, aber das ist auch eine Idee. Ja, wenn schon so in die Mitte, dann sind Fisch. Let's go. Sowas rundes. Ich finde, das sieht cool aus. Oreo. Okay, Happy Hippo ist auf jeden Fall gut. Ja, ich sage mal so, ich finde normale Oreos nicht so geil. Es gibt Oreo White Enrobed. Da ist ein Oreo in weißer Schokolade ummantelt. Top. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Das ist wirklich absolut insane. Und ja, also es gibt kaum was Besseres. Oh, Bad Turtle sieht super mies aus. Ja, machen wir so. Ähm, ah, hier kann ich noch weitere Sponsoren-Logos drauf packen. Dann machen wir noch ein Vulture-Logo drauf. Äh. Dann machen wir aber als Silhouette drauf. Und von der Größe her passen wir es auch mal an. Kann ich das irgendwie auch direkt spiegeln? Weil mein innerer Monk wird es hassen, wenn ich das jetzt nicht eins zu eins spiegeln kann. Oh, bitte sagt, das ist... Ist das automatisch gespiegelt? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, allein deshalb lohnt sich der Kauf jetzt schon. Unbedingt, Leute. Ja, okay, aber hier fehlt so ein bisschen was noch, finde ich. Ah. Also nehmen wir mal das Astro-Mark. Das sieht zwar ganz cool eingebettet aus, aber nehmen wir mal das Astro-Mark und packen das da unten hin. Ersetzen wir es durch was Cooleres. Sorry, Astro-Mark. Äh, das sieht zum Beispiel ganz cool aus. Wir bauen halt etwas, was mehr Fläche einnimmt. Weil so ein Rennwagen muss halt relativ voll tapeziert sein. Und das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Es sieht ein bisschen lost aus, wie die Farbanordnung ist bisher, finde ich. Da muss ich mich vielleicht für eine Farbe entscheiden. Aber jetzt, finde ich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Meinst du, du kannst dein eigenes Logo ins Game bringen? Schwierig. Da ist noch ein Sponsor. Wild. Ach, der ist hier drauf. Okay. Ja, machen wir das mal so. Hier noch irgendwas. Passt schon. Nee, die Farben passen so. Okay, danke. Das ist gut. Oxygen auf dem Hack-Spoiler. Das ist cool. Oh, ja. MMOX. Let's go. Hm. Blau. Pink. 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 Ich hätte gern hier. Ja, wobei, da muss ich es bewegen. Das sieht sonst ein bisschen leer aus. Machen wir es so. Ach, Front-Spoiler. Aber wir sind schon quasi durch. Wild. Äh, zu wenige Plätze, finde ich, fast schon. Äh. Ah. Halo-Sponsoring. Wird die Karriere auch auf dem Uncut-Kanal hochgeladen und nur Twitch. Die wird auch auf dem Uncut-Kanal hochgeladen. Airshark finde ich süß. Sponsoren-Logos. Team-Logo. Ui. Nö, das nehmen wir mit Silhouette rein. Und das machen wir so groß, wie es auch ästhetisch aussieht. Das sieht irgendwie nicht so zentriert aus, oder? So sieht es, finde ich, zentrierter aus als anders. Machen wir so. Passt schon. Schönes Auto. Ich finde es so geil, wie viel Design-Optionen du hier hast. Das ist echt cool. Optische Mitte größer, tatsächliche Mitte, finde ich auch. Ja. Viel wichtiger. So. Ah, die Sponsoren-Logos auf den Anzügen. Nee. 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 Oh mein Gott, ich muss an Brooklyn Nine-Nine denken Bei dem Stream läuft Vielleicht I want it that way So, Abfahrt Das machen wir Oh, warte mal Da können wir so eine schöne Aufschrift nehmen Oh, das sieht cool aus Ich habe kurz gedacht, das ist jetzt auf dem Hintern Oh, das sieht auch cool aus Cool Oh, auf dem Rücken auch noch Jetzt geht es auf den Hintern Ain't nothing but Oh, na, ich muss aufhören mit zu singen So, dritter Sind Fisch Boah Das sieht krass aus Wild Auf den Ärmeln Also, ich bin ganz ehrlich Ich finde es enorm cool, wie viele Aufkleber du hier überall drauf packen kannst Frontier hat es weit besser verstanden oder umgesetzt Wie Ja, halt einfach Rennfahrer Oder Rennauto-Lackierung und so weiter und so fort aussehen Rennauto-Lackierung, Overalls und so weiter Als Codemasters Das sieht so viel mehr nach tatsächlichem Nach tatsächlichem Overall aus Als alles, was in F1 Von Codemasters Bisher jemals umgesetzt wurde Und das ist echt cool Der Airshark gehört auch hier hin Selbst auf den Handschuhen Alter Was ist denn bitte hier los? Alter, okay, das ist Das ist absolut insane gerade Oh, das sieht cool aus Und jetzt noch eins Auf dem Zeigefinger Bro, er hat einfach Werbung auf dem Zeigefinger Ey, absolut insane Absolut insane Das ist absolut insane gerade Also ich finde das richtig cool Einzig, dass man das mit den Helmen nicht machen kann Das ist schade Aber ansonsten enorm cool gerade So, gehen wir zum Boxen-Crew-Training Okay, das war etwas, was ich nicht so geil fand Auch im Vorgänger schon nicht Ja, komm Kann ich das automatisiert machen? Ist das sowas, was okay ist so? Kann man das so machen? Ich mach das jetzt einfach mal so Pascht, schau Krieg die schon hin Hä? Ja, der macht das schon Alles gut Oh, neuer Aero-Zeitraum Alles gut Wir müssen ja erstmal die neuen Teile bekommen Ei, 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 ei Wir rechnen nicht mit Regen Echt? Okay, Hamilton 20. oder höher Versammel 20. oder höher Ich gehe erstmal noch vorsichtig daran Wir sind hier in Jeddah Wo alle voller Spannung Auf den großen Preis von Saudi-Arabien warten Okay Relativ wenig Heckflügel Und Abfahrt Auf geht's Ja, der Kommentator ist fürchterlich Boah Junge, sieht das krass aus Das Auto Ey, das Auto sieht jetzt noch geiler aus als vorher schon Und das ist halt das Coole So ein Auto könnte legit auch einfach in der realen Formel 1 So designt werden Ey, ich hab was dann noch nicht losgeschickt Was ist jetzt los? Alter, was? Dadurch ist das halt wie so ein Eine Büroklammer aussieht Oder Die Strecke Ähm Ja, was willst du da machen? Also da ist halt oben und unten Füllung Nichts Auch gut, dass man jetzt Rennen schnell simulieren kann für langfristige Karrieren True that Denk ich, das Spiel lohnt sich Ich bin am Hadern, ob es ein Spiel ist, das ich im Urlaub spielen kann Puh Gute Frage Wie viel Spielzeit hast du im 22er Reason? DG steht nicht mehr für Dave Gaming, sondern Dave's Guerrello Racing Motto, bunt und stürmisch Das Ding ist, ähm Mein Ziel wird nur sein Nicht jedes Jahr auf der Nordschleife irgendwo abzufliegen Okay, Zufriedenheit schlecht Stopp ankündigen Ja, wobei Fahr nochmal wieder Ja, fahr weiter Trotzdem Juckt mich nicht Ich habe es gesehen Ja, das ist Der Adami, den wir kennen We're checking Gerade mal 70, aber habe sowas wie My Team oder Customization vermisst Ja, dann 150 im 22er Im 23er 100 Lohnt sich auch 24 abzugraben Ich habe 23 kaum gespielt Aber ich sage mal so Wenn man über 100 Stunden ins Spiel investiert Klingt das nach etwas, was sich lohnen könnte War Jidda nicht die Strecke, auf der man quasi mit Standard Setup fahren musste? Nee Nicht mehr Zumindest Okay, dann fahren wir mal so weiter Abfahrt Jesper hat den 23er 4 Stunden gespielt Haben wir jetzt trotzdem 24 Gold Mal sehen Alter Bro Also Jesper, ich würde sagen, das war worth it 145 Stunden im 22er und 245 im 23er Krass Das im 23er mehr ist als im 22er Interessant Ja, beim 23er kam halt dieses Boxen Stop Managen rein Wo ich halt Also es gibt gewisse Sachen Da sitze ich da und denke mir Also mein Hirn Ich denke mir nicht Mein Hirn Blockiert einfach Das ist so ein Selbstschutzmechanismus Einfach nur, um nicht zu lernen Weil das wie so eine müßige Aufgabe wirkte Dieses Ja, deine Boxen Stop Crew muss trainiert werden Wo ich mir denke So Die sollen machen, was sie Bock Wie sie Bock haben So Ich Ich Also blöd gesagt Ich investiere 40 Millionen In irgendwelche neuen Einrichtungen Als ob ich der Boxen Crew sage Wie die das machen sollen Ja, das braucht man nicht Aber seien wir mal ehrlich Das Setup finden wäre auch nicht deine Aufgabe Das stimmt Gut So gesehen wäre dann gar nichts die Aufgabe Aber Das ist halt wenigstens irgendwas an der Rennstrecke Das ist interessant Boxen Crew Da bist du ja Wenn es so ein Minigame gäbe Wo du die Boxen Crew steuerst Oder so Dann würde ich mich wahrscheinlich eher darauf einlassen Oder wenn du es irgendwie visuell Vermittelt bekommen würdest Dann fände ich es glaube ich interessanter Als so wie es jetzt umgesetzt ist Aber Weiß ich nicht Man kam leider nie auf schöne Boxenzeiten Egal wie Okay, krass Bild Okay Dann lassen wir die Zeit mal ablaufen Und gucken mal Hat ja by the way Für Peres eingesprungen im Training VMA Wer ist ein VMA? Victor Martins Und Kusch meine ist bei Dings unterwegs Bei Williams Oder? Nee Bei Alpin Der Bruder Arjun Meini ist ja unterwegs Hier in der DTM Auch nett unterhalten Am Norris Ring Nummer Oder nee Norris Ring war es nicht Nee Da haben wir uns In der Mercedes Niederlassung gut unterhalten Wir haben uns gut unterhalten In Sand fort Da Stimmt True that Okay War Verstappen nicht auch so Ja Setup ist gut Hä? Was ist denn daran gut Bro? Das ist so ein eigenwilliges Setup Das könnte das Setup sein Damit sind wir zumindest mit allen Werten im Bereich dessen was wir brauchen Sollte ich eventuell mit einem Auto versuchen zweimal Mediums zu fahren oder ist das Latte? Ich probiere es mal mit Verstappen Vielleicht geht da ja was Ähm Probieren wir es mal so Das sieht ganz gut aus Ich merke mir gerade sonst einen Ticken weiter links So Hamilton Ich lasse Hamilton auch mal auf einem Satz Softs fahren Ähm Vielleicht entscheide ich mich im Laufe des Zins noch mal um Mal schauen Setup Minigame Fluch und Segen Ja Im Zweifel kann man es ja skippen Äh Wenn man da vielleicht sich ein Guide sucht Ich werde denke ich mal ein Guide auch machen Auf meiner Website Mal schauen Okay Ach Draußen ist es schon dunkel Field Wir haben schon 11 Kommt mir gar nicht so vor Dave, wie findest du das Norris Ring? Weil es viele weg haben wollen Wer will es denn weg haben? Also dieses Jahr war Norris Ring geil Gut, lag auch an René Rast Der einfach Am Samstag gedacht hat Ich bin einfach mal die coolste Socke des Planeten Also noch mehr als sonst Aber Ja Muss bei dem 24er Manager die Boxen-Crew regeln Ja, aber ich habe das jetzt einfach auf Standard gelassen Und gucke erstmal Hey, großartiges Setup Schön Sehr gut Gute Nacht, Schwinnung Seht noch ein Hemd durch Schleife und ein Sack Und du siehst aus wie Lawrence Stroll Um Himmels Willen Ich weiß noch, als der irgendwie seine Videobotschaft gemacht hat Die war auch weird Oh mein Gott, Hamilton 100% Junge Okay, das war stark Krass Let's go Er kennt sich einfach aus Ja, ey Also Hab da ein ganz gutes Händchen für Okay Traktion könnte entweder da oder dahin noch Machen wir dahin Okay Das stellt mich gerade vor eine etwas größere Herausforderung To be honest Traktion aber Warte mal auf gut Vielleicht so Probieren wir's Abfahrt Moin Moin, eigentlich kommt der Manager erst morgen raus, oder Ich bin tatsächlich überrascht, dass diese Einwand immer und immer wieder kommt Weil ich Irgendwie das Gefühl habe, nach so Rund 14, 15 Jahren, wo Gaming YouTube eine Relevanz hat Müsste es doch eigentlich gang und gäbe sein, oder? Dass YouTuber und Streamer im Zweifel ein Spiel auch ein Ticket vorher bekommen, oder? Ich bin einfach ein bisschen verwirrt, dass so oft immer noch dieses Thema Thema ist Wie würdest du auf Zandvoort in den RB setzen? Meist du Racing Bull? Ich verstehe die Frage nicht So, Hamilton, der wird jetzt auch ordentlich Streckenkenntnis sammeln Ich weiß, es ist gang und gäbe es, wollen wir wissen, ob das jetzt auch der Fall war Ah ja, dann ist es okay Wir haben Also es ist auch so okay, aber Äh, ja Kommt morgen raus Ich weiß aber nicht die Uhrzeit, weil das sehr oft gefragt wurde Und dadurch, dass ich das Spiel auch nicht mehr vorbestellen kann, kann ich die Uhrzeit auch nicht mehr wissen Auto früher reinholen Abfahrt Verstappen Dann müssen wir das Setup mal Okay, 16 Uhr morgen, danke Leute In 16 Stunden Okay, wahrscheinlich angebrochen 16 Stunden Ja, wahrscheinlich 16 Uhr, weil wir haben 23.05 15, 16 Uhr, irgendwas so Ich denke mal 16 Uhr wird es sein dann So Okay, that's the check-in flag Abfahrt Training 2 ist okay 83% Setup zufrieden hat, das ist nicht gut Dann würde ich auf jeden Fall besser werden Oh, Traktion in die falsche Richtung Okay Okay, jetzt bin ich gespannt Soll ich wirklich die Mediums fürs Rennen mir sparen Da sind die Softs besser Echt? Man kann sein eigens erstelltes Team verlassen und woanders hingehen? Krass Das ist wild Keisen, ich zocke GT7 sehr, sehr regelmäßig noch auf dem, hauptsächlich auf dem Uncut-Kanal Ausrufzeichen Uncut Auf Twitch Ja, bald wieder Jetzt gerade muss ich sagen Gibt's ein Problem Nämlich Letztens meine Hat mein Lenkrad Faxen gemacht Und das hat nicht funktioniert Und jetzt habe ich nur die Firmware und so neu drauf gezogen Und hoffe, dass das jetzt irgendwie funktioniert Aber Ich würde halt ungern ein Online-Rennen fahren Und dann mittendrin funktioniert das Lenkrad nicht mehr Deswegen werde ich jetzt erstmal für ein paar Tage definitiv Tests machen Vielleicht muss ich auf ein Rig wieder zurückstellen Auf zwei Rigs wieder zurückstellen Was ich ein bisschen doof fände Aber mal schauen Mal gucken Hä? Oh nö, sag jetzt nicht, dass es den einen Bug immer noch gibt Dass das Setup nicht übernommen wird, nachdem du es verändert hast Es gibt immer noch diesen Bug Ah, das gab es schon im F1 Manager 22 Ja, belastend Machen wir nochmal Ein konstanter Bug ist irgendwann ein Viecher So wie die Peres Q1 DNFs Welche Version habe ich auch auf der Base drauf? Ich glaube 2.1.0.3 oder 2.1.0.4 Ja, keine Ahnung Also es ist natürlich ernüchternd, wenn sowas passiert Ähm, ich versuche mich da in Geduld zu üben Was sehr schwierig ist Wenn das quasi deinen Job betrifft Und wenn du dann Ein funktionierendes System haben willst Aber mal gucken Liegt der am Quick Release als an der Base? Meine Vermutung Ja, das kann sehr gut sein Also mir persönlich ist es halt egal, woran es genau liegt Hauptsache es funktioniert Okay, Hamilton hat seine Distanz schon zurückgelegt Bei Verstappen müsste es jetzt wahrscheinlich so ein 97, 98% Setup sein oder so mindestens Perfekt Dann können wir auf das Tappen reinholen Und müssen das Auto nicht weiter in Anspruch nehmen Perfekt Bei der 457 gab es die Probleme nicht mehr Ja, mal schauen Also ey, ich werde jetzt ein bisschen mit der Firmware rumtesten Und mit den Treibern und so Mal schauen Ja, genau Software kann es nicht sein, wenn dann Firmware That's it Also was auf dem PC ist, ist egal Wobei die Treiber 457 neue Updates freigeben Insofern vielleicht Sind es die Firmware-Updates, die über 457 kamen Wir werden es sehen Warten wir ab So Gucken wir mal Also McLaren auf 1 und 2 nach dem Training Da vorne ist der Ferrari Äh Aktuell noch auf P1 Gerade auch durch Charleclair Ja, aber beide Fahrer starten jetzt Das finde ich interessant Wait a second Verstappen ist deutlich höher jetzt beim Äh, bei der Zufriedenheit Als Hamilton Herzlich willkommen zum Qualifying Das wird spannend werden Too much to see Ich hab bis jetzt Noch nicht wirklich zu viel Wert auf die Trainings gelegt Also vielleicht hat das auch einen Effekt auf Die Moral Vielleicht auch nicht Bis jetzt Noch nichts ausprobiert Probieren wir's Leute Auf geht's Oh, Verstappen wird ein bisschen Witschatten jetzt bekommen gleich Bitte keiner rausgehen Natürlich Wahrscheinlich ist Hamilton jetzt eine halbe Sekunde oder eine Sekunde schneller Oh Die Runde gut Ey, immerhin vor Magnussen Ah, wegen des Vertrauens in den Renningenier Das kann gut sein Ja, das klingt plausibel Armando, du kannst den Manager spielen Wenn du einen YouTube-Kanal aufmachst 200.000 Subs, äh, dir holst Und dann einen Preview-Key bekommst Könnte vorher schon passieren Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, dass es vorher schon passiert Aber, äh, so wäre es die sicherste Variante Ja, auf geht's Ich hoffe, dass wir noch eine schnelle, gezeitete Runde hinbekommen Ohne großartig aufgehalten zu werden Hamilton hat von irgendwie im Windschatten Hoffentlich ist es jemand, der schnell ist Kommt schon 19 und 21 Jetzt 17 und 19 Ja Alter, das sind gute Quali-Ergebnisse Das ist stark Bro, verschor auf 1 Bitte was? Gerne, gerne, Armando Ich bin immer gerne hilfreich Ich kapiere Ich bin voll davon ausgegangen Du machst einen Krom-Silber-Pfeil aus 0,5 Ähm Ich bin, warum auch immer, mittlerweile recht farbenfroh unterwegs Was Autodesigns angeht Äh, was? Ey, Leute, wir sind eh schon raus Warum? Hä? Äh, ich kann's mir ja noch anschauen Äh, gut, interessiert nicht so, ne? Ähm, das Ding ist Auch auf einem YouTube-Thumbnail Kommt so ein knallbuntes Auto Besser Als ein Nicht knallbuntes Auto Je farbenfroher du dein Thumbnail gestaltest Desto Mehr Aufmerksamkeit zieht's auf sich Hat bei mir jetzt eine relativ geringe Auswirkung Auf die Entscheidungsfindung Aber Am Ende des Tages Ey Die drei Klicks mehr Haben oder nicht haben Wer den Klick nicht ehrt Ist den Pelmeni nicht wert Ist den Sub nicht wert Genau Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne reinzappen Mit Prime Mehrkostenfrei Rein da Ist den Like nicht wert Liked unbedingt das Video, wenn ihr es jetzt gerade auf YouTube seht Und Wenn ihr Lenkrad-Equipment kaufen wollt Gerne Über meinen Fun-Attack-Link shoppen Auf Twitch Kommt es immer wieder auch durchgerattert Oder Ausrufzeichen Lenkrad oder so Und auf YouTube Oben in der Beschreibung Rein da Abfahrt Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar Da könnt ihr auch mehrkostenfrei unterstützen Weil wenn ihr eh schon bestellt Rein da Die Fahrer machen sich Dicker, wie kann ich den ausschalten? Ich habe keinen Bock auf den Kerl Es tut mir leid Der Kommentator ist sicher ein super netter Mensch Aber So, da Okay, ganz gut Ich muss den Track hier gerade skippen Ich bin Ja, das ist glaube ich besser Hashtag Werbung in eigener Sache Absolut So Soft, hard Puh Da spare ich mal ein zweites Medium Gut, ich brauche die Reifen alle eh nicht Was Wem mache ich hier gerade was vor? Weißt du was? Ich fahre mit beiden Autos Soft, hard Strategie Ich brauche mit beiden Autos Den Push Ich kann hier nicht durch Also ich kann hier nicht dranbleiben ohne das Hamilton auf 17 Ich habe es gleich schon Managing gemacht, oder? Nicht simulieren Let's go Oh, schönes Auto Oh, bei F1-24 hätte ich jetzt schon den Kommentar gesehen Äh, wann kommt denn endlich das neue Safety Car ins Spiel Let's go Auf geht's Leute Paris auf P2, okay Ich wollte schon sagen, auf Paul And it slides out And away we go Oh, Hamilton 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 auf 16 Hamilton auf 15 Stoppen auf 18 Alter Die beiden Goats Grandios hier Ehrenmann Ehrenbrüder ist das Und Strohbelly Danke für den Raideroni Moin An dich und an Nadel, die mit rüberkommen Schön, dass ihr da seid Wir sind gerade mitten in unserem zweiten Rennen Und erleben gerade Glowreiches P15 und P18 Das ist schon deutlich besser als in Bahrain Was geht? Verstappen auf 18 Immer noch Hinter Sergeant Oh, Hamilton Der kommt nicht ganz mit Magnussen mit Muss pushen, um im DHS-Fenster zu bleiben Oh, Verstappen muss im DHS-Fenster von Sergeant bleiben Oh, Bro Digger Haben die vorne wenigstens wieder einen höheren Reifenabrieb Die fahren mit gebrauchten los Magnus hat 10% weniger als Hamilton Hm Vielleicht ist ja mein Glück Und die anderen können nicht die einen Stopp fahren Wir hängen uns erstmal an Richardo dran Das lustige ist Hamiltons Motor überhitzt bei 125 Während Verstappens bei 127 komplett entspannt ist Ich verstehe die Logik gerade noch nicht Aber Hey Obwohl Hamilton der mit 2 Fahrt ist Ja, also Irgendwas passt da nicht ganz Alter Und Wenn wir es jetzt smart anstellen, kommen wir noch an Riccardo ran. Überholen! Bro, Versammer hatte noch nie so ein Problem, Hamiltons zu überholen, wie hier gerade, ne? Also einen Überholversuch zu wagen. Bro, ist das dein Ernst? Ocon kommt gerade dazu und wir haben drei Sekunden Rückstand zu Riccardo. Oh Gott, ihr seid zwei Pampelmusen, Alter, ey. Digger, was ist das für eine Armada? Ach, jetzt überholst du? Danke! Sind die Motorkomponenten vielleicht unterschiedlich abgefahren? Vernachlässigbar, ein Prozent beim Motor. Hm. Das hat mal den Anschluss zu Hamilton verloren. Wild. Also meine Hoffnung ist halt, dass wir als einziges die Einstopp-Strategie wirklich durchziehen können. Magnussen und Hülkenberg ziemlich sicher nicht. Wir sind jetzt bei 50% Reifen. Was zum Motor fahren wir? Ich glaub Ferrari. Moment. Klang die jetzt unterschiedlich? Also, ich hab das Gefühl, der Ferrari klang schon anders, als man mit langsamerer Geschwindigkeit jetzt unterwegs war. Also in einfacher Geschwindigkeit. Bro, Verstappen verliert sogar den Anschluss zu Ocon. Wie um alles in der Welt. Oh, Russell, Kollision. B-Crash. Big crash for Russell. Possimos de Vries. Okay. So, Fernando is faster than you. Confirm, you understood that message? Hat er gerade... Alonso hat Russell überholt! Alter! Zoccherino hat gewonnen 38. Das war perfekt getimed. Wie geil war das denn bitte? Alter! Geil! Zoccherino hat gewonnen. Ja, keine Sorgen. Keine Sorgen. 1,5. 1,6. Wollen wir Hamilton mal kurz ERS sparen. Mit Verstappen auch mal kurz. Russell an der Box. Gut, der hat Damage. Das ist halt das Gute an diesen recht niedrigen Zielvorgaben. Wenn ein oder zwei Autos mit Schaden schon irgendwie an die Box müssen und oder ausscheiden oder was auch immer. dann sind wir halt schon direkt zur Stelle. Das ist cool. Mit Bono an der Hemmesseite würdest du um Punkte fahren. Bezweifle ich. Verstappen dran. Aber die Reifen haben wir ganz gut gemanagt. Also, Boah, Digga. Hülkenberg bei 26 Prozent. Was macht die da? Ne, Box, Box. Also, die fahren definitiv eine 2 Stopp. Bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir mit die einzigen sind, die einen Stopp hier versuchen werden. Ich bin gespannt. Team ist ja schon sehr weit vorne für so ein neues Team. Driverskill macht wohl viel aus. Also, dass das Team vorne ist, halte ich für ein Gerücht. Driverskill macht aber einen Unterschied. Das definitiv, ja. Also, wir sind nur dank der Fahrer wirklich weiter vorne. Sonst sind wir komplett hinten dran. Also, wir können aus eigener Kraft ja kaum irgendwie irgendwen überholen. Okay, Ocon an der Box. Das mit den Reifen liegt aber auch daran, dass sie meistens mit Gebrauchten gestartet sind und wahrscheinlich mehr pushen. Ich bezweifle, dass die denselben langsamen Schongang fahren, den wir hier gerade fahren. 11.8 zu Riccardo. Frage ist natürlich, ob wir da eventuell mal die Lücke zu fahren könnten. So. Mal schauen. Verstappen und Hamilton. Beflügeln sich gerade gegenseitig so ein bisschen. Oh, und Albon in the Mix. Also, es ist zum ersten Mal so, glaube ich, gerade, dass wir innerhalb der Top 10 Positionen sind. Heißt noch nicht so super viel, aber immerhin. Ja, das Spiel realistisch zu spielen mit Newcomern neun fahren wird sehr, sehr painful. Das ist auch ein Spielerlebnis, da hast du keinen Bock drauf. Wenn du permanent ganz hinten bist, dann ist es auch lame. Safe call. Und nein, haben wir... Wir haben ein Album gerade, der ist gegeben, oder? Ne, hast du gut gemacht, Louis. Stark. Bro. Der Moment, wenn Hamilton Russell in einem deutlich schwächeren Auto hinter sich hält. Okay. Äh, bitte was? Okay. Äh, bitte was? Okay. Wir haben safe übern Boxenstop schon Vorsprung zu Bottas. Das ist gut. Ich muss mit Hamilton pushen, um da an Russell dran zu bleiben. Er wird scheinbar so oder so nicht passieren. Nevermind. Ja, gegen Russell haben wir da keine Chance. Muss ich realistisch bleiben. Alter. Junge, was für ein Salat hier gerade. Was geht? Boah, aber das wird unangenehm. Also ich werde mit Verstappen nochmal ein bisschen mehr pushen und äh, definitiv eine Runde früher reingehen. Jetzt werden mir das красив. Und dann haben wir das eine großeChristine Runde verbunden, der Zug fällt. Aber das ist wieder weiter. Und dann basics. 37 prozent schauen wie der reifenabrieb nach dieser runde ist eventuell könnte sogar runde 20 hinaus kommen wir gehen am ende diese runde rein mit verstoppen also sechs prozent etwa verbraten harte reifen am ende der runde hamilton harte reifen nächste runde wie sind wir hinter botters zurückgefallen hat er hat schon okay wir hatten extra stopp schon also fast haben wird die reifen auf jeden fall bis zum schluss carryn können jastri vielleicht auch es wird schon knapp hamilton vor fast haben wieder rausgekommen kann fast haben eigentlich versuchen mal ein bisschen eher ist zu sparen jetzt wir probieren mal so ein bisschen teamwork zwischen den beiden fast da man hamilton vorbei jetzt kann von hamilton versuchen zu sparen es ist fast schneller als hamilton oder wird aber wahrscheinlich weil die reifen schon auf temp fahren moin dünnchen wir sind halt jetzt ganz hinten auf uns allein gestellt wir müssen irgendwie die beiden miteinander harmonieren lassen ich weiß dass er es vollständig aufgeladen ist aber das auch am anfang der runde erst wenn er erst am ende der runde vollständig aufgeladen ist dann habe ich viel gespart so jetzt ist so ein bisschen verstappen am ziehen und wenn hamilton vorbei geht wird hamilton ein bisschen eher ist pushen das vordere auto nutzt immer ein bisschen ressourcen aber jetzt auch nicht so dass wir stappen aus dem drs-feld hallo amilton chill eine ds-zone verpasst hey hamilton alter die sich habe ich gerade auch gesehen die ich bin nicht so wie ich mich schon noch 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 4 Ja, Platz, Platz. Zeit-Button auf. Ja. Nun. Was willst du machen? Ich hoffe, Verstappen kann durchfahren. Ah lol, die Mediums sind ja auch voll gut von der Haltbarkeit her. Fällt. Schön die Reifen hier auf Temperatur pushen. Warum ist die Motortemperatur jetzt bei 117 zu hoch? Ich verstehe das nicht. Ich war vorhin bei niedrigeren Temperaturen sogar noch... Bei höheren Temperaturen noch weniger schlimm. Ja, komm, bleib beim McLaren dran, bitte. Von mir aus am Haas. Oh, komm, Verstappen muss doch irgendwie ein bisschen ran an hier an Gasly. Ich will wenigstens die Kohle bekommen von Verstappen. Naja, Dom. Der hat sich im ersten Rennen gedreht und im zweiten ist er jetzt kollidiert. Was wohl nicht seine Schuld war. Aber... Ändert auch die Boxengasse nach jeder Saison die Position... Es ist die erste Season, die ich spiele, also keine Ahnung. Okay, Sergeant, guter Überholversuch, kapiert? Safety Car. Oh! Safety Car, deploy. Star-Button on. Ehrmann Magnussen. Entstanden. Just to keep temperature. Magnussen hat gemarkt. Magnussen hat gemarkt. Magnussen hat gemarkt. Feed, confirm, in Box. Okay. Box, Box mit Biden Autos. Ich hoffe mal, überrundete Autos dürfen sich wieder zurückrunden. Big rush there. Is he okay? He is okay. Not all there, breathe where you are. Just watch out. Hallo, darf ich dich zurückrunden? Ah, jetzt. Bro, ich wäre einfach als einziges... Oh, man ey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Auf geht's. Und das nächste Auto. Virtual Safety Car. VSC deployed, dash positive. Dash positive. Okay. Okay. Back out of the face. Okay. Ricardo ist raus. Das ist... Oh. Eine eindrückliche Präsentation dessen, warum er ausgeschieden ist. Wir haben jetzt 34 Runden schon absolviert. Eigentlich könnte man jetzt sogar fast wieder in Soft fahren, ne? Aber wenn es jetzt ein richtiges Safety Car gegeben hätte, hätte ich jetzt eventuell sogar auf Soft wechseln können. Haben sogar manche gemacht. Krass. Ich sehe es positiv. Beide Autos sind in den Top 20 jetzt. Erste Replace. Verpasst's. Ärgerlich. Ja, Real Main. Nichts für ungut, aber... Willkommen in der Realität, wo halt eben Firmen auch... ...einen Werbeeffekt haben wollen. Es gibt auch Playtester, die das Spiel weit vor mir zocken. Und die Entwickler selbst, die können sogar noch viel, viel früher zocken als jeder andere. Das ist halt so der natürliche Lauf von dem, was so ein Spiel halt hinlegt. Und... Ja, dann... Influencer-Marketing gehört halt mittlerweile dazu. Kannst du doof finden, aber... ...wird im Endeffekt langfristig auch dafür sorgen, dass solche Spiele auch tendenziell eher besser werden. Was dann dir auch zugute kommt. Weil Spiele wie diese auch dann häufiger verkauft werden, wenn Leute wie ich das dann bewerben. Es gucken gerade rund 700 Leute zu. Das ist also sehr, sehr kurzfristig gedacht und... Meine Güte. Die 24 Stunden wirst du doch wohl noch aushalten können. Oder mittlerweile nur noch 16. Also so sehr nötig hast du es jetzt auch nicht, oder? Das ist jetzt... Es gibt Schlimmeres auf dem Planeten. Guck dir Versdams-Attacke gegen Hamilton an. Das ist schlimm. Ja, genau. Es ist cooler, wenn man sich Gameplay anschauen kann, bevor man blind Attack 1 kauft. Nee, es gibt halt Leute, die wollen unbedingt jetzt schon zocken, Jasper. Das ist wichtig. Bei so ne Leute. Was machst du bei so ne Leute? Ja, ich gucke mir auch gerne zu, um mich doof zu finden. Guck mal. Der Typ mit diesem DTM 40 Shirt. Geiles Shirt, aber unfassbar uncooler Typ. Ich finde mich wirklich uncool. Ist so. So, Versdams-13 hinter Bottas. Kann der eventuell noch an Botti rankommen? Wir können auf jeden Fall die Reifen härter beanspruchen, ne? Looks good. Wunderhübsch. Aber das ist auch die einzige Qualität, die ich habe. Was, siehst du ja bei einem F1-Rennen? Nee, ich war nur mehrfach schon bei der DTM jetzt. War es aber auch supergeiles. Woher hast du das Shirt am Nose-Ring gekauft? Ich glaube, das gibt es immer beim DTM-Shop vor Ort. Beziehungsweise, das wird es mit Sicherheit auch im Online-Shop der DTM geben. Das Shirt. Ey, wir sind auf 18 und 19. Das ist nicht schlecht, Leute. Dass auf diesem coolen Typen sitzt. Dom schreibt, du bist eine Kartoffel. Klar bist du uncool. Normale Kartoffeln auf die 1, Dom. Von der Seite siehst du ein bisschen aus wie Timo Glock. Okay, das ist ein dickes Kompliment. Danke dir. Also sehe ich aus, wie jemand, der Lewis Hamilton seinen ersten WM-Titel ermöglicht. Das Lustige ist ja, dass Timo Glock dafür gehatet wird. Oh, schon wieder. Safety Car. Okay. Wir reagieren sofort. Wir machen hier nicht einen McLaren. Wir machen keine Failed Strats. Wir reagieren sofort mit einem Double Stack. Nee, das Ding ist, ähm, wobei, die sind schon am Safety Car vorbei alle, ne? Macht's keinen Unterschied, dass ich jetzt reagiere. Oh, Sergeant. Rest in Peperonis. Ähm. Ja, okay. Keep working the front tires, Max. Nee, aber das ist lustig, dass Timo Glock dafür gehatet wird, aber eigentlich wäre durch diesen ausbleibenden Stopp, den er gemacht hat, hätte er fast Hamilton den Titel weggenommen, weil insgesamt hat Timo Glock dadurch profitiert, dass er draußen geblieben ist. Der war vorher, äh, vorher weiter hinter Hamilton, als es am Ende war. Mittlerweile kann man sich ja die Runde auch online gönnen. Das ist, äh, auch wild. Er ist vollständig aufgeladen. Also, wir haben hier ab Albon alle auf frischen Reifen. Albon mit frischen Harten. Was ist denn das für eine Meta? Äh, Signs auf 97%igen Softs. Das ist ordentlich. Warte mal. Der PC? Ist gar nicht so laut wie gedacht. Also, die 60 Hertz, äh, Limitation hat geholfen. Das ist gut. Ja, und den Motor versuche ich die ganze Zeit runterzukühlen. Klappt aber noch nicht so richtig. Ja. Okay. Okay, der Safer-Kart ist in diesem Lapp-Max. Okay, ich erinnere die Regeln von Engagements wieder. Okay. Albon fast ab und Silverstone-Meta. Ja, sehe ich noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Er wird ein 10 Kilo underfuelen können. Krass. Das ist ein fünftel Dave. Auf geht's, Leute. Kommt schon. Macht was Gutes. So ein Joe, Ocon, vielleicht auch zu Noda oder Corea. Oh mein Gott, Crash. Red Flag. Oh mein Gott. Red Flag, Max. Red Flag. Russell ist draußen. Alonso auch. Was hat Russell gemacht? Alonso ist 10 Positionen gerade vor ihm. 9. Kurier. Alter, warte mal. Oh mein Gott. Wo war die eine Szene wo Jay Korea gerufen hat? war das einfach in 2016 oder 2018 ich will diese Szene gerade haben leute oh nein anyway wilder, wilder, wilder Crash okay ja ärgerlich, jetzt habe ich keine komplett frischen Softs mehr hm ja, Medium springt es halt nicht Alter, was ist hier los? ja, okay jetzt haben leider alle frische Reifen aber wir haben drei Plätze wieder geholt ey, kommt schon Leute ein bisschen mehr crashen jetzt noch und dann also noch zwei, drei Crashs und wir sind in den Punkten kommt schon die Nerven brennen hier durch komm Herr Korea wird durch diese 10 Sekunden Strafe jetzt nicht der wird jetzt nicht großartig dadurch in Mitleidenschaft gezogen Alter, da haben manche komplett frische Softs jetzt noch über unter anderem Norris mal gucken, wie es McLaren jetzt vermasselt wird es Norris sein oder wird es äh wird McLaren sein Alter, er hat zwei Sekunden Vorsprung oder so ich hätte 15 Kilo under fuelen können, was geht ab geht's jawohl gönn dir Höckenberg send it also come on wenn Verstappen und Höckenberg die Kurve kriegen dann ist kein Verstappen-Move richtig jetzt jalla komm P13 ey, Top 10 ist drin Top 10 ist drin komm schon es ist Top 10 Top 10 ist drin komm Joe, Albon und Butters müssen raus crashen oder so irgendwas muss da noch passieren ok, Albon ist komplett weg ADHS trains sind immer noch strong ok 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 komm schon ähm Moment Christopher jetzt kannst du nein Verstappen von Dings überholt er ist es noch drin da geht noch ein Safety Car ok das wäre jetzt so gut wenn das jetzt wirklich passiert ach ja ich bin aber neben der Korea schrei von Dings Korea Palma hat sich vor mir überschlagen Korea alter ach Jane man muss ihn einfach lieben oh nein alter Pierre Gasly überholt Hamilton ich fass es nicht komm schon man das ist so ein Chaosrennen das kann man noch bitte mit Punkten abschließen irgendwas muss da vorne noch passieren Stroll ist auch noch drin also Ehrenmann Ehrenbrüder ist das Invent Schatzi danke für den Rage ihr habt F1 hier in Sanj Gezockt wahrscheinlich bist du am Morgen im F1 Manager drin oh oh Verschor komm 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 Safety Car irgendwo muss noch ein Save irgendwo muss noch eine Red Flag her vier Leute müssen noch ausscheiden für Verstappen okay Hamilton fährt gerade komplett Banane dann machen wir mal alles auf Save vielleicht platzen die Reifen alles gut komm schon Verstappen Abfahrt ist das Nintendo Switch Gameplay no no we are playing on a Nintendo DS 3DS sorry Ah Hä Verstappen eine Sekunde wieder in welchem Universum das sind locker anderthalb zwei Sekunden schon ja ne keine Chance aber er könnte vor Gasti bleiben bitte bitte bleib vor Gasti come on dann bleibt mir die Schmache erspart dass wir die letzten zwei Autos sind die über die Linie fahren Alter makes sense true that ja GG Norris gewinnt vor Piastri ja oh Junge oh 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 Digga oh oh komm wurde einfach unglaublich hart getebackt gerade was geht 14 und 16 besteste Saisonergebnis bisher nice ja Louis Hamilton ist happy Verstappen auch ey das ist eine ordentliche Steigerung gewesen Leute wild schadekläfte 34.000 so hinterher okon 11.000 so hinterher wild Landon Norris führt die WM an ein Satz den wir in der Realität wahrscheinlich relativ lange nicht mehr sagen noch nicht sagen können aber vielleicht irgendwann weil er hat das eigentlich stärkste Auto derzeit im Feld vor Charles Leclerc Oscar Piastri Carlos Sainz der beste Red Bull hat 23 Punkte wild McLaren bei 74 Punkten 11 vor Ferrari DG Racing auf dem letzten Platz frech Boxenstopp Alter wir haben 2,5 Sekunden Stopp was geht alter ey wir sind siebter wir sind auf der 7 7,5 Sekunden Stopp Bro was ah äh flügelwechsel never mind was war das oh das war ein Boxstopp Fehler ich bin satisfied alter alter ey Agassi hatte 5 Sekunden ich hätte mit Hamilton P14 0 können ja danke für danke für die Info ich wusste nicht dass er noch 5 Sekunden hatte hat er 5 Sekunden ich dachte der ist irgendwann abgesessen oder der hat irgendwann abgesessen dachte ich so Auto 1 Frontflügel durchgefallen ja Bauersatz ein mittleres Risiko ach durchzufallen oh durch die 4 Dings Bombs hier wild ja passt schon so die designs sind in 3 Tagen durch so einfach nur damit ich es nicht vergesse wir fertigen jetzt einmal den Unterboden für beide Autos wann ist der okay 8 Tage und 16 Tage machen wir noch mal passt schon 3 Unterböden passt warte mal nach Melbourne haben wir Suzuka passt so auf geht's Unterboden Chassis hätte ich glaube ich neu oder wo kann ich den Vergleich zu anderen Teams mal sehen hier oder wie viel wir sind so grob erstes Autoteil in 10 Tagen fertig ich will das in 7 Tagen Radius machen wir eins mal schnell und wir entwickeln mal weiter machen wir Front und Heckflügel jetzt oder okay worauf fokussieren wir uns ah da Auto 1 Rang bei Start Auto 2 Rang bei Start bei Reifen management sind wir ganz okay sogar machen wir einfach mal Standard Abfahrt warte mal das haben wir schon ausgewogen da setzen jetzt 5 Ingenieure dran machen wir mal die normale Entwicklung weiter Eckflügel 5 Ingenieure auch hier wieder normal und dann gucken wir mal wie viel Kohle habe ich noch 9 Mio okay 64 Millionen noch ja okay warte mal jetzt wo ich so viel ausgegeben habe wir können auf jeden Fall noch was hier machen Aufhängung Simulator nicht genügend Geld 8 Mio Fahrerentwicklung brauchen wir nicht 75.000 die 12,5k extra wöchentliche Einnahmen das wird sich sauschnell amortisieren leute let's go gut muss ich irgendwann nochmal erneuern weil Zustand wird immer schlechter was machen wir okay dann haben wir noch 8 Mio kommen die ballern wir hier rein auf geht's Entwurf von beidem ist abgeschlossen gut fahren wir fort fertigung eins abgeschlossen und fertigung zwei ist abgeschlossen ich pack die bei Lewis Hamiltons Auto potenziell leicht potenziell leicht kontrovers aber das wird ein Rennen sein wo wir Verstappen Verstappens Ergebnis ein bisschen abschreiben und stattdessen auf Hamilton setzen aus einem ganz einfachen Grund weil Verstappen bis jetzt schon einmal eine Kollision hatte gut der war unschuldig daran aber never mind und er hat sich einmal in Bahreien gedreht Hamilton ist potenziell ein bisschen safer was das Durchkommen angeht hä das heißt ein mittleres Risiko warte mal warum kann ich nicht stattdessen eine andere Aufhängung des selben Typen nehmen oder worum geht es da gerade check ich irgendwie nicht keine Ahnung aber ähm ja Hamiltons Auto ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen flotter und dann setzen wir jetzt auch mal auf ein gutes Ergebnis von ihm wir müssen eine Fertigung noch machen nämlich vom Chassis brauchen wir auch noch zwei weitere Exemplare 14 Tage später das heißt die können wir mit normalem Tempo weiterentwickeln ein Exemplar erstmal mit normalem Tempo mehr Kohle habe ich gerade nicht so Saisonziel vierter oder drüber okay gute Nachricht erst Martin hat bislang nur 15 Punkte okay dann gucken wir mal wie es beim nächsten mal ausschaut so für heute soll es das gewesen sein für die leute auf youtube danke fürs entscheiden bis demnächst Tschüss Foi Tschüss Tschüss